Hallo, hallo Veteraner! Hallo, hallo! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! So, Tudi, unser letztes Spiel heißt E in diesem Raum? Wie meinst du? E? In der... In der... War etwas... War etwas... Ja, ich bin älter... Ich bin älter... Du bist älter? Haha! Nein, okay. Aber... Ich versolte den Mainz nur grün, und ich denke mal, das ist auch die Supergarten verraten, ne? Genau! Und zwar... Ich spiel... Ich spiel... Mainz... Dann... Die schlechteste... Rennrunde... Äh... Äh... Seit... Äh... 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 Allen... Rundetiger... Ja... Und... Und ich sag mal, äh... 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 Florian... Äh... 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 In... Archi ... ... Hat... Mannschaft... Äh übernommen... Die... Äh... In der... Äh... Äh... In der... Äh... Äh... In der... Äh... In der... Äh... Äh... Am 20. Äh... Äh... Am 12. in der letzten Minute der ersten Hälfte getroffen hat und im selben Spiel in der 46. Und das ist Werder Bremen. Damals am 20.12.1998 die Hälfte BSC. Und wir können natürlich den HSV in den Kabinenfeller unterziehen. Wenn wir dann in Hamburg arbeiten. Wenn wir dann in Hamburg arbeiten. Wenn wir dann in Hamburg arbeiten, dann Weihnachtsfrau. Ja, genau. Schöne Verschärmung. Schöne Verschärmung. Frohe Weihnachten nach Hamburg dann. Und natürlich auch in Mainz. In Mainz, was hat man da auch so? Moin, hey. In Mainz kann man auch jetzt gleich sehen, da sagt sie auch auf YouTube. Ja. Johanna einmal hier. Die Weihnachtsengel. Ja. 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 Und er hat ihn geschwärter in einer RType geboren und das hat man gesehen, er hat einen Plattformskontreiber Trainer von Freifern, der Mikro Schwarz ist, der wohl an den Gipfel kam. Er hat sie eigentlich gar nicht. Er hat es schwarz gesehen. Er hat es schwarz gesehen, der wird dann wahrscheinlich, wenn der Weiß und Freier bleibt, hier dann wird wahrscheinlich in der Abschuss in der Plattformskontreiber Landspiel wohl guter rot sein. Und der Weihnachtsbaum greift für Frankland Grünwein. Und dann sagt nur, heute ist das Ebay-Spiel sozusagen. 3-2-1-Meine. Ich würde mal sagen, es ist alles gedacht worden. Soll ich jemanden machen? Ich habe gleich die nächste Anfrage. Ich bin beliebt. Ok, dann Ruhe Weihnachten und guten Rutsch hier auf diesem Kanal. Ebenso auf dem Kanal, ja. Wir sehen uns gleich auf einem nächsten. Ok, alles klar. Tschüss im Kopfschi.